Oma, komm, Oma, sei so gut und schlag diese Ballen ein, ja? Warte mal kurz. Ich geh mal speichern. Oma, komm, Oma, sei so gut und schlag diese Ballen ein, ja? Ja, haha. Äh, was war jetzt das mit dieser Flöte? Ein neues Lied? Moment. Ich möchte ganz kurz probieren. Verbesserter Fühne. Äh, wo ist denn der Flöte? Das hat doch nur... Ah. Brauchen mich noch hier schon überhelfen. Ja, gut. Der im Hintergrund läuft die ganze Zeit irgendwas wegwärts. Ich glaube zwar, dass es im Englisch Original ist. Aber ich würde mich interessieren, was das für ein Gelaber ist. Ah, habt ihr die Hüllen gesehen? Distanzkämpfer. Der wirft Steine oder irgendwie sowas. Coole Sache. Theodisch. Ich bin ja da. Ich will nur nicht... Muss hier jetzt nicht sein. Ich glaube, meine Freunde sind nicht sonderlich interessiert am Kuchen. Kuchen? Ich geh jetzt einfach ihm hinterher. Meine Leute machen das schon, oder? Und ich mach die da, die da rein ist. Und dann komm weg. Ich bin ja da. Komm hier entlang. Kuchen. In diesem Haus wohnt so der alte Magmort. Sein Sohn war wohl auch so. Die Trauken haben ihn aufgeschnitzt wie eine Sackbeer. Hier entlang, Bruder. Hilde, komm hier entlang. Das ist anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Hilde, komm hier entlang. Hilde, komm hier entlang. Hilde, komm hier entlang. Hilde, komm hier entlang! Hilde, komm hier entlang. Hilde, komm hier entlang. Oma, komm Oma, sei so gut und schlag diese Ballen, Alter. Scheiße, 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 Scheiße. Oh, kann ich nicht mehr. Das ist wehrmäßig. Reicht das noch? Beide, komm! Die brauche ich eigentlich. Kriege ich die jetzt nicht? So, weil die alte noch da ist, ne? Ne, das wollte ich nicht. Jetzt verwirre ich mich grad so ein bisschen. Ehm, den noch bitte. William, jetzt gehört der Hof dir. Hier ist der Schlüssel. Kümmere dich für mich. So. âaah! Ich habe daจะ mir внимание, meine Kontrollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde euch vertreten. Na dann. So, ich muss die Ruhe gewesen sein, oder? Brauchen mich? Ja, mein Freund, ich brauche dich. Warte! Ich werde dich. Ich ähm Das waren gerade Hühner, ne? Okay Und Schafe des Todes Oder? Das sollen Schafe sein Wieviel halten die denn aus? Jetzt die Wörter jetzt nicht Okay, das ging schneller als erwartet Die Schafe können einschläfern Oh mein Gott Was für ne geile Idee Hehehehehe Was hier hinten los? Was ist denn mit diesen Schafeln los? Und die Hühner geben Nuggets Wie passend Ein vierblättriges Kleeblatt Es heißt Die vier Blätter des Kleeblatts Stünden für Hoffnung Treue Liebe Und Glück Der Bade Besaß allerdings lediglich Die letzte dieser Eigenschaften Hehehe Danke Danke Immer sehr sehr freundlich Felix Was diese Schafe einstecken ist echt nicht normal ohne Schwan Und sie blocken Wieso lässt man Schafe blocken? ? Die Oh, 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 oh. Ihr seht mich fassungslos. Ich bin da rein. Oh, oh. Das war die Pfeife. Okay. Das war diese Pfeife. Die Pfeife ist krass. Ah, sie flöte. Geld. Wir haben Geld. Ja, wo läuft sie denn hin? Ja, wo läuft sie. Hm, da ist ein Speichelpunkt. Ach, ein Fass. Endlich mal wieder ein Fass. Hatte schon einen offenkundigen Fassentzug. Ähm, hier los. Da laufen wir nicht rein. Vielleicht müssen wir da rein. Ich weiß es nicht. Oh. 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 Ich sag mal, das Loch hat da irgendwas zu tun. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Es gefällt mir irgendwie nicht, das zu hören. Roxy. Und es gefällt mir noch weniger, das zu sehen. Ein Haggis-Monster. Zur kurzen Erklärung. Haggis ist zumal das Widerlichste, was die schottische Küche zu bieten hat. Also, nichts gegen das schottische Nationalgericht. Das ist echt euer Ding. Und ich war in Schottland und mir haben selbst Schotten gesagt, dass sie dieses Zeug nicht essen wollen. Es verfolgt mich. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Und zwar bedürft es dieses Haggis-Monster mit Zeug. Wird das irgendwie so bekämpft? Jaja, stimmt. Kann. Das bekämpft mich irgendwie. Sie ist jetzt gerade nicht so effektiv, ne? Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Der heilt sich aus... Ich weiß nicht wie. Aha. Die Monster aus einem Hallen, das Viech. Muss also verhindern, dass diese Dinger... Ich muss also verhindern, dass diese Dinger... Ich muss also verhindern, dass diese Dinger... Ich weiß nicht wie ich das anfühlen soll. So, jetzt ist Verteidigungsphase. Ich brauche den jetzt, äh... Er hat die Ferne schon für drei. Jetzt ist das ja richtig schön. So, jetzt muss ich mal noch was dazu holen. Schon gesehen? Ne. Also, jetzt muss ich mal noch was dazu holen. Jetzt haben wir euch... Jetzt haben wir euch... ...veredigt. Ja, das ist immer gut gemacht. Ja, das ist immer gut gemacht. Ei... Seid gegrüßt und herzlich willkommen, das Badenruf hat vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss, ein Abo hier unten, doch es ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid, wenn's schief klingt, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun, wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm. Glaubt mir ruhig schon viel, was wir getan, gebracht hat es nichts, drum ein Bier ich schon tat. Und falls ihr es bisher echt auskönnt habt, dann gehört euch Respekt und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist hier jetzt mal Schluss?